Kiech! Wisst ihr, was mich richtig ankotzt? Und ich meine nicht, weil... weil ich Bie bin, sondern... weil ich schlau bin. Und zwar, wenn Leute sagen, das ist so schwul, dann denke ich mir, was ist denn das für eine armselige Generation? Am liebsten würde ich denjenigen umbringen, der zuerst gesagt hat, das ist so schwul. Ich meine, nicht nur, dass es Homophobie verbreitet, es bringt sogar manche Menschen dazu, und es ist absurd, trotz ihrer nicht anwesenden Abneigung gegen Homosexuelle, diesen Satz in den Mund zu nehmen. Das ist so schwul. Wenn du das sagst, dann klingt das negativ. Es ist wie... Das ist so schrecklich. Das ist so eklig. Das ist so scheiße. Es ist... In diesem Zusammenhang, das ist so schwul, klingt doch nicht positiv. Ich hab ja gar nichts gegen Schwule. Es ist halt so, als ob du über etwas sprichst, das du nicht magst. Ich meine, ihr wisst, was ich meine, oder? Und nicht nur das. Schwul ist kein Adjektiv. Diese Generation tut mir so leid. Ich meine, wie oft es heutzutage benutzt wird. Es sagt, dass ich bin, und dann... Das ist so hetero. Und nicht zu den guten Sachen. Nein, ich meine, zu den negativen Sachen. Denn es sind die Heten in diesem Land. Ich meine, stellt euch mal vor, Deutschland wäre etwas mehr schwul. Also, tut mir einen Gefallen, wenn euch irgendwas nicht gefällt, hört auf zu sagen, das ist schwul. Sagt, das ist so hetero. Es tut mir leid, dass ich letzte Woche Donnerstag nicht gepostet habe. Ich bin ganz spontan zum WGT getrampt. Und ich habe total vergessen, euch Bescheid zu sagen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Bis nächsten Donnerstag. Kannst du mir gegen den Kopf fassen? dann geht euch nicht auf einmal. Und dann legen euch das nicht auf der Mitte. Und dann kommt euch mit einem Schatten,